So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal youtube.com slash störtepriest zu einem weiteren Profitie-Video. Wir reisen jetzt ins Jahr 1982. Ich finde, das ist ein besonderes Jahr, allgemein die 80er Jahre. Da soll es jetzt heute um den Edward Korkowski gehen. Da gibt es nicht viele Infos darüber, aber Stefan Berndt erwähnt ihn in seinem Buch Drei Tage im Spätherbst. Wenn du dir das auch kaufen möchtest, jetzt gleich mal vorab zeige ich dir mal die ganzen Materialien. Wenn du auf meine Seite gehst, youtube.com slash störtepriest, gibt es hier oben den Reiter Playlists. Da klickst du drauf, mache ich jetzt mal. Und du siehst jetzt auch hier, Alois Irlmayr, Prophetin, Prophezeiung. Da ist eine Playlist angelegt, ich klicke drauf. Da öffnet sich dann gleich mein letztes Video, das ging über die Baba Wanga. Für den ein oder anderen wird das ziemlich interessant sein. Wenn du dir meine Videos anschaust, habe ich alle Links immer in der Videobeschreibung. Du siehst die Videobeschreibung direkt darunter. Und da sind immer die Bücher, alle verlinkt. Wenn du hier auf diesen Amazon-Link klickst, so, da habe ich jetzt die besten Bücher zusammengetragen. Auch von dem Edward Korkowski, der hat ja schon ein Buch geschrieben, das schauen wir uns auch nochmal genauer an. Aber momentan studiere ich das hier, drei Tage im Spätherbst. Das kostet nur 9,99 Euro vom Stefan Berndt. Momentan bin ich mit dem Stefan Berndt auch in Kontakt. Da wird höchstwahrscheinlich noch einiges kommen auf meinem Kanal, aber eins nach dem anderen. Und wenn du über meinen Amazon-Link Bücher kaufst, kriege ich eine kleine Provision, die ist leider nicht so üppig, wie man das sich gerne vorstellen würde. Aber dich persönlich kostet das dann nicht mehr. Klickt man den mal an, den Edward Korkowski, der hat ein Buch geschrieben. Und es gibt ihn doch, den lieben Gott. Aber auch die außerirdischen Menschheiten. Sehr interessant. Leider findet man über diesen Edward Korkowski nicht wirklich viel. Und darum nehme ich jetzt einfach mal das Buch vom Stefan Berndt zurate, das drei Tage im Spätherbst und schaue mal, was der da alles zusammengetragen hat. Also es gibt keinen Wikipedia-Eintrag, also ich habe keinen gefunden. Aber lesen wir einfach mal diese Buchbeschreibung auf Amazon. In diesem Buch trägt der Autor die anschaulichsten Visionen und aussagekräftigsten Botschaften aus 73 Jahren zusammen. Wie immer eingebettet in seine eigenen Erläuterungen und Betrachtungen. Darunter befindet sich neues, nach 1996 erhaltenes und zum größten Teil noch nicht veröffentlichtes Material. Das Werk beruht auf die Themen Grenzwissenschaften, Astralreisen, Channeling, Hellsehen, Prophetie, Ofologie, Kontakt mit Außerirdischen und die Gefahren eines Polsprungs und eines Dritten Weltkrieges. Also da sind wir ja beim Thema. Zu den wichtigsten Inhalten gehören Entstehung und Aufbau des Universums, intelligentes Leben im Kosmos, bevorstehende globale und kosmische Katastrophen, sowie als deren Hintergründe, Missstände und Fehlentwicklungen auf der Erde und in der nahen kosmischen Umgebung. Das wäre auf jeden Fall mal eine Maßnahme, dieses Buch komplett durchzulesen. Ich gehe mal davon aus, dass das der Stefan Berndt gemacht hat und in seinem Buch drei Tage im Spätherbst das Wichtigste zusammengetragen hat. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist oder sein kann, dieser Edward Korkowski, der könnte heutzutage noch leben. Also der wurde geboren 1931. Allerdings müsste er dann auch schon über 90 Jahre alt sein, so um die 92 Jahre. Ich habe da leider keinen Kontakt gefunden, ich weiß es nicht genau, aber es klingt auf jeden Fall spannend. Das ist jetzt so ziemlich alles, was ich habe, was ich darüber weiß. Und darum nehme ich mir einfach mal das Buch vom Stefan Berndt zur Hand. Also hier dieses drei Tage im Spätherbst kann ich nur empfehlen und der Preis ist wirklich in Ordnung, die 9,99 Euro, was man dafür bekommt. Auch vom Stefan Berndt gibt es ja das Refugium. Das ist zwar etwas teurer, aber ich glaube, dass das Gold wert ist, denn da erklärt er die sicheren Gebiete, wenn diese Katastrophe, über die wir hier dauernd philosophieren, tatsächlich eintritt, dass man nach diesen Prophetien weiß, welche Gebiete sind denn sicher und welche sind unsicher. Auch hat er dieses Buch »Alles Irlmeyer, ein Mann sagt, was er sieht« geschrieben. Da sind sehr viele Hintergrundinformationen drin. Da werde ich Stefan Berndt dann zu Zeiten auch noch ein paar Fragen stellen, die wichtigsten Fragen, die vielleicht in den Büchern nicht hundertprozentig beantwortet wurden oder die man vielleicht so nicht richtig wahrgenommen hat. Aber das sehen wir dann. Ich beschäftige mich jetzt mit dem Buch »Drei Tage im Spätherbst«. Und da hat er wohl herausgefunden, also dieser Edward Korkowski, der ist 1931 geboren, müsste jetzt so 92 Jahre alt sein, wenn er nicht schon gestorben ist. Und der war wohl Chemiearbeiter, also eher so ein technischer Beruf. Und der hatte seit 70 Jahren Visionen, also seit 1947. Da gibt es wohl noch ein Buch, das heißt »Kampf der Dimensionen«. Das wird es höchstwahrscheinlich auch auf Amazon geben. Ich weiß nicht, ob ich das noch verlinke. »Kampf der Dimensionen«. Da gibt es sogar zwei Teile, wie es ausschaut. Oder sogar noch mehr. Eins, zwei und drei. Also der hatte wohl auch viele Visionen und die dann in seinen Büchern niedergeschrieben. Ich springe mal wieder zurück. Aber im September 2016 erschien dann ein drittes Buch. Und das ist dann eben »Und es gibt ihn doch den lieben Gott«. Also 2016 ist noch gar nicht so lang her, würde ich jetzt mal meinen. Also hier, da habe ich es ja verlinkt. Also da gibt es auf jeden Fall Hinweise, dass dieser Edward Korkowski davon spricht, dass sich Aliens, also außerirdisches Leben, einmischen wird, wenn es zu diesem dritten Weltkrieg kommt. Ich habe sowas auch schon öfter gehört. Ich weiß nicht, ob man da drauf was geben kann. Aber manche Sachen, die sind wirklich merkwürdig. Ich habe mich auch viel mit dem Area 51 beschäftigt. Mit dem Bob Lazar. Da hat er gesagt, er hat in Area 51 an UFOs gearbeitet. Also da gab es dann wohl so ein Projekt. Das müsste auch irgendwann in den 70er oder 80er Jahren gewesen sein. Also anscheinend haben die da in Roswell doch etwas mehr gefunden, was die Presse im Endeffekt rausgegeben hat. Und angeblich standen die auch in Kontakt mit Außerirdischen und haben deswegen auch ein paar UFOs in Area 51 stehen. Kann man jetzt glauben, was man möchte. Was sehr erschreckend ist, dass dieser Bob Lazar das ziemlich detailgetreu erzählt. Und das Merkwürdige ist, dass man nicht nachprüfen kann, was der eigentlich studiert oder gelernt hat. Da wurde alles gelöscht über den, so wie wenn es ein Scharlatan wäre. Zum Beispiel hat er beschrieben, wie diese Aliens zu uns kommen, von welchem Stern die kommen oder Planeten. Da gibt es ja so ein Sternensystem, welches man nur von der südlichen Hemisphäre beobachten kann. Und das ist wohl 20 oder 30 Lichtjahre weg. Und eigentlich ist dies ja ein Abstand, den man nicht überbrücken kann. Ich glaube, das Sternbild, das nennt sich Netz. Und auch so Filme wie E.T., wie die Außerirdischen, der dargestellt wurden, also diese Bilder, wie man sich das vorstellt, das kommt anscheinend alles nicht von ungefähr. Es wird ja auch davon gesprochen, diese Lebensform auf diesem Planeten, die nennt sich The Grace, also die grauen Klein, hat wohl zwei Sonnen. Die Schwerkraft ist höher, weil der Planet höchstwahrscheinlich größer ist. Und dann wachsen auch die Lebewesen im Endeffekt kleiner. Umso kleiner ein Planet und desto weniger Schwerkraft, desto größer wachsen die Lebensformen. So, was ist jetzt eigentlich komisch? Er hat zum Beispiel erklärt, also ein UFO funktioniert mit so einem speziellen Element. Das nennt sich Element 115. Das kommt auf der Erde nicht vor, weil wir nur eine Sonne haben. Aber auf multiplen Sternsystemen gibt es wohl das Element 115 in natürlicher Form. Und da soll es dann so stabil sein, dass es nicht zerfällt. Das ist dann wie so ein Klumpen. Weil normalerweise ist es ja so, dass so hohe Elemente mit so einer hohen Zahl meistens sehr stark zerfallen. Und angeblich lagert auch einiges von diesem Element 115 in Area 51. Das war wohl ein Geschenk von den Außerirdischen. Und da gibt es ja viele verrückte Details. Und der hat dann einfach erklärt, also so ein UFO funktioniert mit diesem Element. Und dass Schwerkraft kein Teilchen ist, sondern eine Welle, dass es eine Schwerkraftwelle gibt. Was ja sehr komisch ist, vor erst ein paar Jahren wurde festgestellt, dass Gravitation tatsächlich eine Welle ist. Damals, 1970 oder 1980, wusste man nichts davon, dass Schwerkraft eine Welle sein soll. Da ging man immer davon aus, dass es sich um Teilchen handelt. Heute weiß man, dass Schwerkraft eine Welle ist. Und er erklärt das so, dieses Element 115, das ist so schwer als Atom, dass die Schwerkraftwelle, weil die ganze Schwerkraft, die bündelt sich ja im Atomkern, aber die Welle ist so groß, dass sie über das Atom hinausragt. Und mit einem Gerät kann man diese Welle verstärken. Das ist so ähnlich wie mit einer E-Gitarre. Wenn du eine E-Gitarre nimmst und haust in die Saiten, dann ist die extrem leise. Aber wenn man im Olympiastadion spielt, dann haut es dir die Ohren weg. Ja, warum? Weil dieses leise Geräusch, diese Schwingungen, wird ja von diesen magnetischen Tonabnehmern aufgenommen und kann dann beliebig laut verstärkt werden. Und so ähnlich soll dieser UFO-Antrieb auch funktionieren. Die Schwerkraftwelle, die wird abgegriffen. Und das geht wohl nur bei so einem superschweren Atom. Und diese Aplitude oder diese Signatur von dieser Schwerkraft, die kann dann mit so einer Vorrichtung extrem verstärkt werden. Zudem fungiert dieses Element 115 auch noch als Antrieb. Da geht es wohl in so eine Art Teilchenbeschleuniger in Miniaturform. Also da findet dann so eine Kernspaltung und eine Kernfusion gleichzeitig statt. Ich müsste mir das genaue Video nochmal anschauen, in dem das erklärt wurde. Auf jeden Fall bildet sich dann mal schnell Element 116, also noch eins höher. Das ist aber dann sehr instabil. Zerfällt zu Antimaterie-Partikeln und daraus wird irrsinnig viel Energie gewonnen. Die Amplitude von dieser Schwerkraftwelle wird verstärkt ins Bodenlose. Und dadurch kann dieses UFO vor sich oder um sich herum so eine Art schwarzes Loch erzeugen, welches dann schwerer ist als unsere Sonne. Und das hat ja der Einstein schon bewiesen mit dieser Zeitraumverzerrung. Umso schwerer ein Objekt ist, das ergibt dann einfach so Effekte im Raum. Das wurde ja auch schon nachgewiesen, dass wenn du jetzt auf der Erde dich befindest, vergeht die Zeit normal. Würdest du aber mit Lichtgeschwindigkeit reisen, wird die Zeit stehen bleiben. Und mit der Masse hat das auch was zu tun. Da könnte man jetzt sehr weit ausholen. Was aber sehr merkwürdig war, dass wohl 1970 oder 1980, ich weiß nicht genau in welchem Jahr das war, dieser Bob Lazar gesagt hat, es gibt das Element 115. Schwerkraft ist eine Welle. Das wurde damals nicht nachgewiesen. Und was er auf jeden Fall auch noch gebracht hat, er hat diese atomaren Eigenschaften beschrieben. Also wie dieses Atom aufgebaut ist, welche Orbitale. Da müsste ich jetzt auch wieder weit ausholen. Ich denke, Leute von euch, die jetzt im Physik- oder Chemieunterricht gerade drinstecken, die wissen, was das ist, diese Orbitale. Also wie die Elektronen um den Atomkern herumkreisen, die Ordnungszahlen und so weiter. Und das konnte er halt genau beschreiben, diese Anordnung. Und das hat sich so dann auch bestätigt. Denn ich glaube, irgendwann 2004 wurde dieses Element 115 auf der Erde künstlich erzeugt. In einem Teilchenbeschleuniger, ich glaube in Russland. Das schimpft sich jetzt Unupendium oder so in die Richtung, so spricht man das aus. Und natürlich kann man das bei uns nicht im Teilchenbeschleuniger so herstellen, dass man dann irgendwie 10 Gramm Element 115 bekommt. Das sind dann ganz flüchtige Atome, die dann auch wieder zerfallen, weil es einfach zu wenig ist. Aber anhand von der Herstellung, indem man das mit dem Teilchenbeschleuniger produziert, also im ganz, ganz, ganz kleinen Maß, kann man dann schon bestimmen, dass es das Element überhaupt gibt. Man kann diese ganzen Eigenschaften herauslesen. Und das hat halt komplett gematcht mit dem, was dieser Bob Lazar damals gesagt hat. Und damals wurde der als Hochstapler deklariert. Angeblich gab es dann auch noch so eine Hackergruppe, die hat sich doch mal bei der NASA eingehackt. Und da waren dann so Dokumente von so Offizieren nicht-irdischer Herkunft. Und da gab es dann wohl auch diese Geschichten. Ich glaube, das kam auch aus diesem Hack, dass sogar Menschen so einen Planeten schon besuchen durften. Also, dass die mitgenommen wurden. Aber es ist wohl so, dass so ein Planet, auf dem die Greys wohnen, mit zwei Sonnen, und da dauert wohl ein Tag 72 Stunden, sehr menschenunfreundlich ist, wahrscheinlich durch die kosmische Strahlung, durch die Zusammensetzung der Luft, durch die Schwerkraft und so weiter, sodass dann wohl diese Menschen, die den besuchen durften, alle kläglich gestorben sind. Also wohl nicht auf diesem Planeten, aber als sie wieder auf der Erde waren, dann haben die so Krebs gekriegt und haben sich wohl alle nicht mehr erholt und sind dann einige Jahre danach gestorben. Was man davon halten kann, das muss jeder von euch selber wissen. Ich persönlich denke, dass das stimmt. Vielleicht nicht alles, aber ich glaube, dass dieser Bob Blasar die Wahrheit sagt. Meine persönliche Meinung. Da gibt es einfach zu viele Ungereimtheiten, die er damals einfach nicht wissen konnte. Und das ist auf jeden Fall schon ein Indiz, dass er an so einem Geheimprojekt gearbeitet hat. Man kann sich darüber auch streiten, die Erkenntnisse, die da gewonnen wurden in den 70er Jahren oder wann das auch immer war. Hat es möglicherweise maßgeblich was mit unserer Entwicklung zu tun, Microsoft und so weiter, wären wir heute so weit, wenn wir dieses Wissen nicht gehabt hätten? Und ich sage jetzt an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob es mit diesem Wissen zu tun hat. Aber rein von der Logik könnte es doch sein. Die haben dieses UFO erforscht und damals hieß es sogar auch, dass das so kompliziert ist, dass es frühestens 2050 weitergehende Informationen darüber gibt, also was man dadurch erarbeitet hat. So schwer ist es für Menschen zu erforschen, wie die Technik wirklich funktioniert. Aber so einfache Sachen, die haben sie dann vielleicht schon erforscht. Kommt daher dann auch die CD oder diese Datenübertragung, dass das alles diesen Ursprung hat von diesen UFOs, dass sich die das abgeschaut haben, wie die das so ungefähr da gebaut und geregelt haben mit Datenverkehr. Und dann wurde das einfach auf unsere Welt übertragen. Könnte das sein, dass wir ohne dem Ganzen vielleicht gar nicht so weit wären? Ja, das sind Fragen über Fragen, viele Spekulationen, viele Mutmaßungen. Merkwürdig ist es allemal. Man muss ja davon ausgehen, wenn man sich jetzt die Zeitrechnung anschaut, jetzt haben wir das Jahr 2023. Vor 2000 Jahren hat angeblich Jesus gelebt, wobei ich persönlich das ja bezweifle. Ich glaube, Jesus gab es nie. Da werden sich jetzt viele auf meinem Kanal wieder aufregen, die da sehr christlich geprägt sind. Und das ist auch gut, dass ihr da dran glaubt. Ich nehme euch das nicht weg. Ich persönlich kann es mir nur nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass Jesus eine Idee von den Menschen war. Und somit hat er ja dann auch gelebt, aber in den Gedanken von vielen Menschen, in dem kollektiven Bewusstsein. Ob er wirklich ein Mensch war, der dann auferstanden ist und so Wunder vollbracht hat, darüber lässt sich streiten. Aber ich möchte jetzt darauf nicht so eingehen. Aber gehen wir zurück 2000 Jahre, da haben die Menschen ja mehr oder weniger wie in der Steinzeit gelebt. Und diese ganzen technischen Errungenschaften, das kam ja viel später. Selbst im 19. Jahrhundert, was gab es denn da schon großartig? Eine CD mit Sicherheit nicht, einen Computer auch nicht. Und auch zum Zweiten Weltkrieg, da gab es von mir raus Bomben, Waffen und so weiter. Aber dieses ganze Digitale, dieser Quantensprung, Satelliten, die die Welt umkreist haben, eher nicht. Das kam viel später. Und als das kam, diese ganze Raumfahrt, diese Satelliten, Informationstechnologie, tja, war da nicht auch dieser Roswell-Zwischenfall? Hier sehen wir es, Roswell-Zwischenfall. Und der war 1947. Und jetzt also Denksportaufgabe an euch. Welche Technologien gab es vor 1947? Und welche Technologien kamen nach 1947? Und in welcher Zeitspanne? Und jetzt gehst du nochmal zurück ins 19. Jahrhundert, zum Beispiel ins Jahr 1801 und schaust mal, was in 100 Jahren die Menschen so erfunden haben. Und dann schaust du einfach mal, was die Menschen in den letzten 50 Jahren erfunden haben. Und jetzt so die Frage an dich da draußen, könnte da etwas komisch sein? Könnte es sein, dass dieser Sprung größer ausgefallen ist als bisher? Und die Frage wird sein, woher haben die Menschen dieses Wissen? Ich gehe zurück zu diesem Edward Korkowski. Uns interessiert ja diese dreitägige Finsternis. Und da findet man ein Zitat, ich glaube im ersten Teil Kampf der Dimensionen, das hat auch der Stefan Berndt rausgesucht. Es war dunkle Nacht. Doch auf der Erde war es durch die vielen schrecklichen Blitze taghell. Die Erde bewegte sich wie ein Meer im Sturm. Als die ersten Blitze vor meinen Füßen waren, sagte mein Schutzengel. Es wird sich jetzt eine Öffnung bilden, damit du sehen kannst, was noch übrig bleibt. Und wie das Leben weitergehen wird. Nun entstand eine Öffnung. Es war, als ob eine Tür durch die Feuerwand führte. Ich ging einige Schritte durch und sah, dass es weiter hinten immer heller wurde. So, das mag jetzt vielleicht nicht viel sein, aber es deutet doch auch wieder auf so eine geografische Polwende hin. Also wir reden nicht von einem Polsprung, von einer Polwende. Also dass sich die Erde komplett verdreht von Norden nach Süden. Wie sich die dann verdreht, weiß man nicht genau. Ich habe auch neulich erst mit dem Stefan Bernd telefoniert. Und der meinte, dass sich da eher die Erdkruste dreht. Also dass ja der innere Kern flüssig ist, aber die Erdkruste oben drüber, die schwimmt praktisch. Oder die ist so gleitend gelagert über diesen Erdkern. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so richtig ausdrücken kann. Und diese Kruste, die kann sich halt verschieben. Die kann über diesen Kern oder über dieses Flüssige gleiten. Und das kann sich dann einfach verschieben, geografisch. Und dabei gibt es natürlich viele Umwälzungen und viele Verwerfungen. Er hat dann auch beschrieben, das findet man auch in diesem Buch, drei Tage im Spätherbst, von Stefan Berndt, wie es nach diesem Unglück ausschauen wird. Und ich zitiere einfach mal. Die Erde dampfte, als ob sie warm wäre. Und die Sonne kam nach einiger Zeit langsam durch. Also was ja auch diese Vulkan-These widerspricht. Drei Tage Finsternis und am vierten Tag soll schon wieder die Sonne scheinen und es wird wärmer. Nirgends waren Bäume oder Ruinen von Häusern zu sehen. Man sah nur frische Erde. Als die Sonne wieder klar am Himmel erschien und die Dämpfe sich verzogen hatten, sah ich plötzlich, wie hier und da einige Menschen zum Vorschein kamen. Man fragte sich, wie man sich gerettet hätte. Und sie fingen an zu arbeiten. Die Erde grünte wieder. Und hier und da zwitscherte sogar ein Vogel. Das bedeutet, es gab ja da so eine Frage von euch. Was passiert denn da mit den wilden Tieren, wenn diese dreitägige Finsternis kommt? Naja, logisch ist es einfach, dass sehr viele Tiere aussterben werden. Oder sehr viele Tiere verenden. Selbst einige Tiere kamen zum Vorschein. Also alle wird es nicht erwischen. Manche werden sich verkriechen und die werden es überstehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es einen großen Teil wegrationalisieren wird. Als ich zum Himmel aufsah, bemerkte ich eine weiße Treppe, die zur Erde führte. Und Christus kam wie ein weißer Schatten herunter und weilte unter den Menschen. Er machte sie froh und glücklich. Also da haben wir auch wieder den Glauben an Jesus Christus. Ich glaube eher, dass das eine Idee ist. Möglicherweise gibt es aber doch so einen Art Administrator, der ab und zu die Erde besucht. Möglicherweise kann es sich aber auch um Außerirdische handeln. Dass Jesus Christus vielleicht sogar ein Außerirdischer war. Bitte, ich möchte jetzt hier nichts behaupten. Keine Beleidigungen. Jeder darf ja glauben, was er möchte. Wir wissen es alle nicht ganz genau. Wenn du ein gläubiger Christ bist, bleib bei deinem Glauben. Keiner will dein Glauben madig machen. Aber du musst einfach auch akzeptieren, dass es auch andere Meinungen gibt. Und Glauben heißt nun mal nicht wissen. Ich dachte, er kommt doch nicht wirklich als Mensch wieder zu den Menschen. Da wandte er, Jesus Christus, sich in meine Richtung um und sagte, Nein, was du hier siehst, ist dir symbolisch gezeigt. Ich komme nicht als Mensch. Aber die Menschen werden mit mir im Geiste leben über lange Zeit und mit mir verbunden sein. Was jetzt wieder eher meine Theorie stützt, dass Jesus Christus eine geistige Idee ist, die viele Menschen mit sich tragen. Das heißt aber nicht, auch wenn Jesus Christus als Mensch nicht existiert hat, sondern nur geistig existiert, dass der deswegen nicht mächtig sein kann. Sie werden nach meiner Lehre leben, nach den Gesetzen der Liebe. Darum und dadurch werde ich und der Himmel mit ihnen eins. Dann wandte ich mich wieder meinem Schutzengel zu. Er sagt, ich sage dir nur noch, dass der Krieg mit der Katastrophe noch in dieser Lebzeit geschieht. Dann verschwand er. Das war meine erste große Vision von der kosmischen Naturkatastrophe, die sich während eines zukünftigen Atomkriegs ereignen wird. Das ist merkwürdig, weil das ist jetzt mal die erste Prophetie, die von einem Atomkrieg spricht. Und es wurde auch gesagt, dass das noch zu seinen Lebzeiten passieren wird. Wenn der gute Mann jetzt 92 Jahre alt ist, dann gehe ich mal davon aus, dass da nicht mehr allzu viel Zeit bleibt, oder? Aber ich persönlich weiß ja nicht mal, ob der noch lebt. Und die Frage wird auch sein, wenn es zu einem Atomkrieg kommt, wo wird der ausgefochten? Stefan Bernd meint in seinem Buch, da geht es eher dann um USA und Russland. Aber dass das kein riesengroßer Atomkrieg wird, sondern vielleicht nur so punktuell. Und bevor Schlimmeres dann passiert, kommt diese kosmische Macht, dieses kosmische Ereignis, welches dann eingreift. Denn Alois Irlmayr zum Beispiel hat nichts von einem Atomkrieg erzählt. Und dem seine Prophetien, die beschränken sich ja eher so auf Deutschland, Süddeutschland. Wobei ja nicht ausgeschlossen ist, dass das irgendwo anders dann trotzdem stattfindet. So, dann haben wir in dem Buch noch aufgeschlüsselt eine Traumvision vom 23. März 1984. Und da geht es wohl um die Verhinderung eines totalen Atomkriegs in Europa. Ich zitiere diesen Edward Korkowski. Es war heller Tag, Vormittag. Plötzlich gab es fünf oder sechs Mal Erderschütterungen in Abständen von etwa einer Minute. Nach einigen Minuten sah ich drei oder vier Atompilze im Westen und auch im Osten. In wenigen Minuten war der ganze Westen und Osten eine Feuerwand. Sie stieg am Horizont immer höher. Plötzlich entstanden am Himmel Turbulenzen. Pechschwarze Wolken und Feuerwirbel durcheinander. Die Sonne, die Helligkeit verschwand. Die Erde fing an zu beben. Dann sah ich Raketen vom Westen und ebenso vom Osten kommen. Die meisten vom Osten aber auch Flugzeuge oder etwas, was bei dieser Dämmerung nur als sich bewegende Lichter zu sehen war. Als nächstes erschienen irgendwelche Zeichen wie Runenzeichen oder Schriften vom Süden bis zum Norden über Europa. Als diese Zeichen da waren, kamen keine Raketen oder sonstige Waffen mehr durch. Das heißt, ich sah, dass die Raketen an der vorderen Spitze plötzlich qualmten oder Funken sprühten. Dann purzelten sie herunter. Die Flugzeuge explodierten alle, sobald sie in der Nähe der Zeichen am Himmel kamen. Über Europa waren noch keine Bomben oder sonst etwas gefallen. Nur die Erde schüttelt sich und es war ziemlich dunkel. Also ein Hinweis auf die dreitägige Dunkelheit. Der Westen und der Osten wurden feuerrot. Über Europa kam als nächstes Sturm. Die schwarzen Wolken bewegten sich schnell von Westen in Richtung Osten. Also das bedeutet, diese dreitägige Finsternis, die soll vom Westen kommen. Ich war plötzlich in einer gewissen Höhe und sah solches über ganz Europa. Als nächstes sah ich auch das Wasser der Nordsee in hohen Wellen kommen. Das könnte auch wieder so ein Hinweis auf die Überschwemmung sein. Also zum Beispiel England liegt dann 200 Meter unter Wasser. Dann sind wir im Juli 1983. Das hat der Stefan Berndt rausgesucht. Da geht es wohl um diese Außerirdischen, die man da rein interpretieren könnte. Da schreibt der Autor, wer sich wirklich schützen wollte, dem wird es milder ergehen. Es ist berechnet, wo und welche Waffen einige Minuten vor ihrer Wirkung, vor ihrem Gebrauch unschädlich gemacht werden. Doch mehr oder weniger Schmerzliches wird den Europäischen wie auch den anderen Völkern zukommen, weil einige mehr oder weniger mit zu dem Schlagabtausch angetreten sind. Auf der einen wie auf der anderen Seite der Zwischenvölker, wir die Kosmischen, die wir gegen totale Vernichtung und Ungerechtigkeiten sind, haben die Übersicht ins kleinste Detail über alle Waffen und Absichten, irdisch wie überirdisch gesehen. Könnte das vielleicht ein Hinweis sein, dass Außerirdische eingreifen? So Stefan Berndt beschreibt da auch, dass das eigentlich unmöglich sein müsste, denn nichts kann sich schneller bewegen als das Licht. Und um euch das jetzt nochmal bildlicher vorstellbar zu machen, ein kleines Gedankenexperiment, du kannst jetzt dann gleich hier auf Pause drücken und selber raten, dann bekommst du die Auflösung von mir. Wie man ja weiß, ist es ja zum Mond schon ziemlich weit, 500.000 Kilometer circa, etwas mehr sogar. Zum Mars ist es noch viel, viel weiter. Also bis jetzt hat man es ja noch nicht geschafft, bemannt zum Mars zu fliegen. So, ich habe das jetzt mal hergeholt, die Entfernung zwischen Erde und Mars. Immer im Hinterkopf behalten, bis zum Mond, über eine halbe Million Kilometer. Würde man am Äquator einmal um die Welt reisen können, sagen wir mal, da geht so ein Highway komplett um die Erde am Äquator, dann müssten das für mein Dafürhalten 40.000 Kilometer sein. Ja, ich schaue nochmal nach, Umfang der Erde 40.000 Kilometer. So, jetzt wissen wir, zum Mond ist es schon eine halbe Million Kilometer, das ist ja schon mal unvorstellbar viel. Und zum Mars, das ist eine Zahl, da tue ich mir wirklich schwer, also ich glaube, das sind 301 Millionen Kilometer. Unglaublich weit. So, jetzt kommt aber meine Aufgabe. Angenommen, von der Erde bis zum Mars, wenn man das jetzt im Maßstab nimmt, wäre die Entfernung ein Sportplatz. Ja, also ich sage jetzt mal um die 100 Meter, von einem Tor zum anderen. Wenn das der Maßstab wäre, Erde zu Mars. Wie weit ist es dann zu unserem nächsten Sternensystem, also unser direkter Nachbar, das ist der Alpha Centauri. So, das haben wir hier und dieser Alpha Centauri, der ist circa drei Lichtjahre entfernt. So, ich habe es jetzt nochmal genauer hergesucht. 4,3 Lichtjahre ist der weg. Das bedeutet, würde man mit Lichtgeschwindigkeit reisen, dann würde man Alpha Centauri in 4,3 Jahren erreichen. Gut, wir haben jetzt Entfernung Erde zum Mars. Wäre ein Sportplatz oder sagen wir circa 100 Meter. Wie weit wäre das jetzt gerechnet zu Alpha Centauri, also unser direkter Nachbar? Sind das dann 10 Sportplätze, 100 Sportplätze, 3 Sportplätze? Mach mal Pause und schreib es mir in die Kommentare. Jetzt kommt die Auflösung. Man könnte das gar nicht mehr in Sportplätze rechnen, das wäre ungefähr 50.000 Mal um die Erde. Und das ist aber nur unser Nachbar. Angeblich, da wo diese Aliens herkommen, diese Greys, das soll wohl 20 oder 30 Lichtjahre entfernt liegen. Was ich da allerdings komisch finde, das ist dieses Sternbildnetz, da steht 160 Lichtjahre entfernt. Jetzt bin ich da selber etwas unsicher. Ich meine, dass ich gehört habe, dass dieser Planet, wo die herkommen, 20 Lichtjahre entfernt ist. Das müsste man jetzt nochmal nachrecherchieren. Aber dieses Sternbildnetz ist 160 Lichtjahre entfernt. Das ist eine andere Hausnummer. Ist aber auch völlig egal, ob jetzt 20 Lichtjahre oder 160 Lichtjahre, da sind wir uns doch einig, es ist unmöglich, da hinzufliegen. Zumal man auch nicht auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen kann. Das geht physikalisch schon so gut wie nicht. Und ein Mensch würde das auch nicht aushalten. Und da wäre halt die einzige Erklärung, so wie es der Bob Lazar gesagt hat, dass man eine Schwerkraftwelle verstärkt und dass man so gesehen die Zeit und den Raum staucht und dann so gesehen wie durch ein Wurmloch durchgleitet und somit diese Entfernungen überbrücken könnte. Gut, soviel zum Hintergrundwissen. Wir schauen uns jetzt noch ein paar Zitate aus Kampf der Dimensionen an von 1982. Da wurden die Visionen zusammengefasst. Nun letztlich wird alles doch nicht so zustande kommen, wie es sich die Negativen vorgenommen haben. Wer sind die Negativen? Wahrscheinlich so Eliten auf der Welt. Jeder, der sagt, sowas gibt's nicht, da muss ich immer müde drüber lachen. Wurde mir gesagt, denn es werden auf der Erde unvorhergesehene Umwälzungen eintreten, möglicherweise die dreitägige Finsternis, die den negativen Mächten gründlich das Konzept verderben. Schaut nicht gut aus für Bill Gates und so weiter. An einem oder zwei Tiefpunkten des Völkerschicksals drohen gewaltige Naturkatastrophen. Wenn wir nicht fähig seien, in den nächsten Jahren von unserer Brutalität abzulassen, werde die Erde umgedreht. Die Erde wird umgedreht, also wenn das nicht auf eine Polwende hindeutet. Und dabei würden sich die Pole verlagern. Also der hat das tatsächlich so aufgeschrieben. Ähnliches hat sich schon mehrere oder sogar viele Male mit unserer Erde zugetragen, was Wissenschaftler auch beweisen können. So wird die Erde wiederum umgewälzt, bis nichts von Brutalität mehr übrig bleibt. Lieber Leser, gegendert hat er auch nicht, finde ich gut. Nehmen Sie dies ernsthaft auf, denn mir wurde gesagt, dass in diesem schrecklichen Geschehen dem Menschen keine Technik, keine Waffen der Erde in irgendwelchen Schutz geben können. Sondern nur der Glaube, dass es schöpferische Kräfte gibt, die mächtiger als jede Gewalt sind. Es werden dämonische, chaotische Zustände herrschen. Dämonische Zustände, da bin ich auch schon drauf eingegangen. Zum Beispiel der Alois Ilmeier hat er gesagt, man wird Dämonen draußen hören. Oder Bekannte, die draußen wimmern und klopfen und denen darf man nicht die Tür öffnen, weil man sonst sofort stirbt. Das werden Einbildungen sein, Halluzinationen. In anderen Videos, da wurde auch darüber gesprochen, auch in dem Buch von Stefan Berndt, drei Tage im Spätherbst, dass möglicherweise so eine geografische Polwende, wenn die Erde kippt, dass da auch dieses ganze Magnetfeld durcheinander kommt. Und dass das auf uns Menschen möglicherweise einen merkwürdigen Einfluss hat. Also dass wir dann Halluzinationen bekommen. Darum sagt er der Ilmeier auch in diesen drei Tagen, geh nicht aus dem Haus, bete zum Wachsstock, zum Kreuz. Also der Glaube wird dann vielen Menschen helfen, dass sie über diese Zeit kommen. Denn man wird da höchstwahrscheinlich so Halluzinationen bekommen. Und wenn man sich da nicht ablenkt, einen starken Glauben hat, einen starken Fokus, dann kann man das komplett zerreißen, sodass man dann rausrennt und stirbt. Also nochmal, es werden dämonische, chaotische Zustände herrschen, in denen Wesen anderer Dimensionen sichtbar werden, in Wirkung treten. Und die Menschen, die ein ungläubiges, verbrecherisches Leben führen, um den Verstand bringen. Das ist auf jeden Fall interessant. Oder gibt es tatsächlich dämonische Kreaturen, die vielleicht in einer anderen Dimension leben? Die dann sichtbar werden, weil da alles so durcheinander kommt? Das sind jetzt schon krasse Spekulationen, aber komischerweise wurde das halt in vielen Prophetien so erwähnt. Und wenn das so oft erwähnt wurde, hat das dann möglicherweise auch einen Grund. Schon 1947 hatte ich meine erste Vision über eine große Naturkatastrophe. In späteren Jahren hatte ich wiederholt ähnliche Erlebnisse. Meistens ging es dabei um die Begleitumstände und Folgen einer zukünftigen Polverlagerung. Im Jahr 1973 sah ich in einer derartigen Vision, dass die Sonne nicht im Osten, sondern in nordwestlicher Richtung aufging. Als ich mich fragte, was denn jetzt passiert ist, hörte ich über meine laute Stimme, die Sonne wird in naher Zukunft dort aufgehen und zwar um 35 Grad nördlicher. Eure Wissenschaftler können jetzt ausrechnen, wo sich das Klima verändern wird und so vielen Menschen das Leben retten. Da hat ja der Irlma ja auch gesagt, in Bayern, da wachsen dann Südfrüchte, da wird es so heiß wie in Süditalien. Ich weiß aber auch, da wo ich wohne, in Südbayern oder Oberbayern, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gebiet. Wo ich nicht wohnen möchte, das wäre in Aachen oder irgendwo an der Nordseeküste. Auch wenn nichts passiert, ich würde mich da nicht wohlfühlen, ich könnte da glaube ich nicht ruhig schlafen. Ich möchte aber jetzt keinen beunruhigen, der da wohnt. Es muss ja alles nicht eintreten. Die Frage wird halt nur sein, wenn sich so Indizien verdichten. Wie geht man damit um? Ich weiß es selber alles nicht. Wie gesagt, das hier ist ja alles eine Riesenfiktion, das könnte alles sein, aber man weiß es nicht. Schreib es mir mal in die Kommentare, was du davon hältst oder wie du damit umgehst. Danach sah ich nur einige Sekunden lang mit dem geistigen Auge, wie sich von der Ost- und Nordsee das Wasser über Holland, Deutschland und noch weiter ergoss. Also da ist höchstwahrscheinlich Norddeutschland gemeint. Riesige Wellen bedeckten das Land, aber das Wasser zog sich gleich wieder zurück und nahm alles mit sich. Über Ostpolen und teilweise auch Russland schien sich das Wasser jedoch zu sammeln. Mehr habe ich damals nicht zu sehen bekommen. Ich möchte betonen, dass ich damals noch keine Polsprung-Literatur gelesen hatte. Schließlich wird man aus den Scharen von fremden Vögeln schließen können, dass sehr wahrscheinlich solches kurz vor der Großkatastrophe geschehen wird, dass nämlich einige Tage vorher schon diese Tiere fliehen werden. Das ist aber jetzt ziemlich interessant und das ist ein wichtiger Hinweis, dass man auf diese Tiere schaut, ob sich Tierschwärme bilden und ob die dann vor irgendetwas fliehen. Und was ja auch sehr interessant war, es gab ja damals diesen Tsunami in Indonesien. Und da sind ja sehr, sehr viele Menschen gestorben, ich glaube 100.000 oder so. Korrigiert es mich bitte, schreibt es mir in die Kommentare. Bitte setzt es mir nach, dass ich nicht alle Infos immer parat haben kann. Ich mache das ja mehr oder weniger so im Freestyle-Stil. Und da war es wohl so, dass bei diesem Tsunami in Indonesien kaum Tiere gestorben sind oder gar keine Tiere gestorben sind. Also als sich da das Meer zurückgezogen hat, da wussten ja die Menschen noch gar nicht, was ist denn da los. Die fanden das teilweise noch lustig. Aber die Tiere, die sind schon geflohen. Und zwar auf höher liegende Regionen. Hügel, Gebiete, was weiß ich, wie man das ausdrückt. Da gab es ja auch so Berge. Also wenn man da etwas ins Land reingefahren ist. Und da sind die Tiere schon mal hingeflohen. Woher haben das die Tiere gewusst? Haben die dann den sechsten Sinn? Ich würde sagen, ganz klar ja. Und viele Menschen sind dann erst recht noch ins Meer reingelaufen, weil das hat sich ja so zurückgezogen. Und dann dachten sich die, wow, cool, da kann ich jetzt ja voll weit hinausrennen. Und dann kam die Welle. Also ganz wichtiger Hinweis, auf die Tiere achten, wie sich die verhalten. Auf die Vögel. So ähnlich wird sich eine kommende Katastrophe ankündigen. Rechtzeitig erkannt, könne man noch Millionen Menschen retten. Und auch dieser Edward Korkowski, schreibt der Stefan Bernd, der hat wohl auch einen kleinen, sonnenähnlichen Himmelskörper gesehen. Ich gehe stark davon aus, da handelt es sich nicht um eine Sonne, sondern eher um einen Kometen. Aber wenn der unsere Umlaufbahn streift, dann entsteht ja irrsinnig viel Energie und Wärme. Da gibt es ja schon Probleme mit den Astronauten, wenn jetzt zum Beispiel so ein Space Shuttle wieder in die Atmosphäre eindringt, dass man das von der Hitze schützt. Da gab es ja dann so Hitzeschutzplatten, so Kacheln. Und selbst da gab es riesengroße Probleme. Und das ist ja nur so ein kleiner Fliegenschiss. Aber wenn jetzt da mal so ein Kometen uns streift, der viel, viel größer ist, der interagiert ja so gesehen mit der Luft, mit der Atmosphäre. Und dann könnte man schon meinen, das ist eine zweite Sonne, weil ja da so ein großer Wärmeimpact entsteht. So, im Endeffekt war es das. Hier ist ein Buch. Es gibt da noch andere Bücher dazu. Die kann ich auch noch zufügen. Mache ich im Anschluss von dem Video auch noch. Ganz wichtig auch das Buch vom Stefan Berndt, Drei Tage im Spätherbst. Da ist das alles ziemlich kompakt zusammengetragen, so gesehen als Destillat oder Konzentrat, wie man es auch immer nennen mag. Was hältst du denn davon? Schreib es mir mal in die Kommentare. Gib mir bitte auch einen Daumen nach oben. Ich würde mich auf jeden Fall über deine Unterstützung freuen. Was habe ich da draus gelernt? Was sehr interessant ist, ist diese außerirdische Interaktion. Handelt es sich tatsächlich nur um einen Kometen? Oder haben da Außerirdische ihre Finger mit im Spiel, wenn man überhaupt von Fingern reden kann? Vielleicht auch interessant, wie ist unsere Technologie entstanden? Was war nach 1947? Auch sehr interessant, dass alle von einer Polwende sprechen, also dass geografisch etwas auf der Erde passiert, dass sich die Erde irgendwie im Weltall dreht oder nur die Erdkruste, wie auch immer man das sehen mag. Aber auch wenn die Sonne mehr im Osten aufgehen wird, das ist schwer, sich das alles vorzustellen. Und wie sich die Erde dann verdrehen müsste, dass das passiert. Also da tue ich mir auch ziemlich schwer mit dieser Vorstellung, aber viele reden halt darüber. Ein ganz wichtiger Hinweis in diesem Kapitel war, dass man auf die Tiere achten sollte, dass möglicherweise Norddeutschland nicht ganz so sicher sein wird wegen den Überschwemmungen. Das ist wahrscheinlich dann ein Megatsunami. Ja, auf die Tiere werde ich auch ein Auge haben. Dass es möglicherweise auch zu Atomexplosionen kommen wird, allerdings nicht in Deutschland, vor allem nicht in Oberbayern, möglicherweise in Russland oder Amerika. Möglicherweise sind die Atomexplosionen aber auch so zu erklären, dass wir dann doch so einen Kometen sehen und dass die dann vielleicht verhindern wollen, dass dieser Komet uns trifft, dass die dann versuchen mit so Atomraketen den irgendwie abzuwehren. Aber das gelingt dann nicht. Das wäre auch noch eine schlüssige Theorie, dass es gar nicht zu einem Krieg kommt, sondern Russland, USA, die Weltmächte, die wollen uns davor schützen. Da gibt es ja mehr so Katastrophenfilme, in denen die Menschheit das schon öfter probiert hat. Und dann werden so mutige Astronauten da raufgeschickt und hast du nicht alles gesehen. Aber auf das brauche ich jetzt nicht eingehen. Also ganz wichtig, die Tiere beobachten, die gefährdeten Gebiete. Ich denke, da wäre es auch gar nicht schlecht, hier dieses Refugium vom Stefan Berndt, gerade wenn man sich unsicher ist, dass man das mal im Hinterkopf behält und sich mal überlegt, was habe ich für Optionen, gerade wenn man jetzt in Kiel wohnt oder sowas. Aber auch das muss jeder selber wissen. Ja und sonst fällt mir nichts mehr dazu ein. Vielleicht hast du ja noch irgendwelche Gedanken. Schreib es mal in die Videokommentare. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen. Ergänzt es bitte gerne. Ich bin gespannt auf deine Reaktion. Schaue auch auf meinem Kanal youtube.com slash störtepriest. Check meine Playlist aus. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest etwas daraus mitnehmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Mach's gut. Bis dann. Alles erdenklich Gute und viel Glück. Alles erdenklich Gute und viel Glück.